So, willkommen zu 1.8 über zyklische Gruppen. Und da fangen wir mal an mit einer einfachen Beobachtung. Also sei g irgendeine Gruppe und x irgendein Element in der Gruppe. Dann ist das Erzeugnis von x, schreibe ich hier mit Längel und Rängel, definiert als einfach alle Potenzen von x und seinem Inversen zusammen mit der Identität in g. Also 1x, ich schreibe mal hin, plus, minus, also das bedeutet x und x-invers, x und x-invers Quadrat und so weiter. Ich nehme einfach all diese Potenzen und die soll ich jetzt in g verstehen. Und ich behaupte, das ist eine Untergruppe. Denn, naja, wie man leicht prüft, ich sage es jetzt mal nur mündlich, 1 ist drin, also es ist nicht leer. Und wenn ich 2 daraus nehme, dann sind das ja Potenzen von x. Und wenn ich die invertiere, dann invertiere ich einfach den Exponenten, das ist auch drin. Und wenn ich jetzt zusammen multipliziere, addiere ich einfach die Exponenten. Und da ich aber alle Exponenten hier drin habe, per Definition, bin ich wieder drin. Also ist das eine Untergruppe von g und die hat einen Erzeuger. Was ich nicht abgespeichert habe mit dieser Notation, ist jetzt, welche von den Potenzen hier vielleicht gleich sind. Es könnte ja jetzt x hoch 7 das gleiche sein wie x hoch 13 oder x hoch 99 könnte 1 sein. Das habe ich in meiner Notation nicht abgespeichert. Deswegen ist jetzt hier auch kein Strich für eine Relation, sondern ich habe einfach das Erzeugnis von x. Relationen weiß jetzt noch nichts drüber. Und so eine Gruppe, die diese Gestalt hat, wollen wir eine zyklische Gruppe nennen. Das machen wir hier in der Definition. 1.15 Eine Gruppe, die einen Erzeuger hat. Eine Gruppe g ist zyklisch, also jetzt nimmt g die Rolle ein von dieser zyklischen Untergruppe hier. Das ist jetzt abstrakt. Also das war irgendein g hier. Und jetzt beschreibe ich aber sozusagen, bezeichnet g diese zyklische Untergruppe. Also hier ist eine Definition. Eine Gruppe g ist zyklisch, falls sie von einem ihrer Elemente erzeugt wird. falls sie von einem Element x in g erzeugt wird. Das heißt, x ist von dieser Form. Das heißt, g ist das Gleiche wie alle Potenzen von x. x hoch n für n irgendeine ganze Zahl. Und dabei soll x hoch 0 eben für die Identität stehen. Und in diesem Fall heißt x Erzeuger von g heißt x Erzeuger von g. Okay, das ist die Definition. Und die umfasst jetzt genau das hier oben. Also das ist eine zyklische Untergruppe, aber wir haben jetzt eine abstrakte Definition gemacht, die gar nicht benutzt, dass es eine Untergruppe ist, sondern einfach irgendeine Gruppe. Okay, so ein paar Bemerkungen dazu. Bemerkungen. Also erstmal, es wird nichts über die Relationen gesagt. Es geht nur darum, dass es einen Erzeuger gibt. Die Relationen können irgendwie sein. Das heißt, ob x hoch n gleich 1 ist für manche n. Sie sehen, das hat mit der Ordnung von dem x zu tun und so werden wir es auch gleich formulieren. Ja, also Erinnerung, Notation dafür wäre wäre sowas wie von x erzeugt und dann hier Relationen. Ja. Okay. Erzeuger sind nicht eindeutig. Natürlich nicht. Erzeuger sind nicht eindeutig. Ist x Erzeuger so auch x hoch minus 1? Wie man leicht nachprüft. Zyklische Gruppen sind automatisch A-Bildsch. Also das sind sehr einfache Gruppen, die wir hier vor uns sehen. Trotzdem wichtig. Zyklische Gruppen sind A-Bildsch. Das sieht man auch vor sich. Ja, weil so die Multiplikation ist ja hier drin einfach nur die Addition von Exponenten. Das sind die Rechenregeln in Gruppen. Und Ja, dann haben wir noch Beispiele. Haben wir schon gesehen. Mache ich da mal was Neues draus. In D2N haben wir zum Beispiel prominente zyklische Untergruppen der Rotation. Zyklische Untergruppen R Das sind diese Potenzen der Rotation. R hoch N minus 1. Da haben wir schon gesehen, dass die ihre Inversen schon hier drin haben. Wenn das eine endliche Gruppe ist, eine endliche zyklische Gruppe, werden wir auch sehen, braucht man, kann man die negativen Exponenten weglassen. Oder S besteht aus nur 1 und S, weil S selbstinvers ist. Aber auch SR besteht aus zwei Elementen. 1 und SR da SR Quadrat schon wieder 1 ist. Ja, also insbesondere müssen Sie bei so einer zyklischen Gruppe, auch wenn die so geschrieben ist hier, alle Potenzen, Sie wissen nicht, welche von denen gleich sind oder welche von denen 1 sind. Also das ist jetzt sozusagen bei einer zyklischen Gruppe noch freigelassen. Und das kommt dann eben immer auf die konkrete Situation an. Aber man hat es eben für jedes X. Aber für jedes für jedes X in D2N oder irgendeiner Gruppe gibt es die von X erzeugt der Untergruppe. Und damit können Sie sich auch in jeder Gruppe Untergruppen verschaffen, indem Sie einfach ein Element hernehmen und die Potenzen davon angucken. So, zweitens eine unendliche zyklische Gruppe ist Z mit Plus und wir werden bald sehen, dass es die einzige ist, ist unendlich und zyklisch und sie ist erzeugt von 1 und jetzt sind Potenzen, da das hier eine additive Gruppe ist, sind die Potenzen davon sind dann die Vielfachen. Also, wenn ich diese Gruppe jetzt schreiben würde, würde ich hier eben statt 1, darf ich hier eben nicht 1 Quadrat schreiben, ja, sondern, also hier haben wir sozusagen so was wie 0 ist das Neutralelement, dann habe ich Plus, Minus 1, Plus, Minus 2 und so weiter. also da müssen sie jetzt ein bisschen aufpassen mit der additiven Notation, also vergleiche 1 x hoch plus minus 1 x hoch plus minus 2 und so weiter, ja, also das Grüne ist Multiplikativ, das Blaue Additiv geschrieben. Okay, und hier sind eben alle in der Gruppe alle Vielfachen, was ich in der multiplikativen Notation Potenzen nennen würde, von des Erzeugers Verschieden und Inverse sind auch nötig, ja, also ich kann jetzt hier nicht die Inversen weglassen bei meiner Aufzählung der Gruppe. So, in einer Übung, in einer Übung, die Sie bitte erst machen, wenn Sie dieses Video hier geguckt haben, und verstanden haben, zeigen Sie, g ist zyklisch, egal ob endlich oder unendlich, genau dann, wenn phi, also wenn ein sojektiver, es existiert, ein phi von z plus nach g sojektiv. Alles, was Sie dafür brauchen, werde ich in diesem Video erklären und dann können Sie mal sich versuchen, da dran. So, jetzt kommt der Satz, der uns sagt, was es überhaupt für zyklische Gruppen gibt, und das ist ein ganz toller Satz, das ist nämlich ein Klassifikationssatz, der listet uns im Prinzip alle auf. Es gibt nämlich gar nicht so viele. Sie sehen ja schon, dass zyklische Gruppen relativ einfach aufgebaut sind, sind immer Abelsch, haben diesen einen Erzeuger, bestehen nur aus Potenzen. Da können wir uns ja vorstellen, dass es davon nicht zu viele verschiedene gibt, bis auf Isomorphie. Und das ist es auch, bis auf Isomorphie gibt es nur zwei Typen, entweder endlich oder unendlich, und die sind wie folgt, sei g zyklisch, habe ich die Nummer richtig hinbekommen, 1,16, ist das dran? Ja, Definition war 1,15. Okay, sei g zyklisch, dann ist g isomorph zu entweder z modulo nz mit plus oder zu z mit plus. Und das ist ja ebenfalls g endlich, weil das ja eine endliche Gruppe ist, ebenfalls g unendlich. Also es gibt bis auf Isomorphie nur die z modulo nz mit plus als zyklische Gruppen oder z. Okay. Und das ist schön, dann wissen wir also jetzt alle zyklischen Gruppen, zumindest wenn wir den Beweis sehen und glauben. So, dann machen wir eine Fallunterscheidung, nehmen wir erstmal den, fangen wir mit dem endlichen Fall an. sei zunächst g endlich und wir wissen, g ist zyklisch. Das ist das Einzige, was wir ausnutzen können. Also g kann geschrieben werden als 1 und dann diese ganzen Potenzen. Aber da g endlich ist, muss es da irgendwelche Gleichen geben drin, ja. Also das kann ja nicht unendlich fortgehen und die sind immer unterschiedlich. es muss da irgendwelche Gleichen geben. Da g endlich existieren irgendwelche Zahlen a, b in z mit a größer b und x hoch a gleich x hoch b. b, dann ist x hoch a ist größer, a minus b ist positiv. Das ist dann gleich 1, indem ich die Gleichung hier von rechts mit x hoch b inverse multipliziere und kriege hier eben so eine Ordnung, endliche Ordnung von dem x raus. Und Ordnung von x ist gleich n, was einfach a minus b ist, ist endlich. Okay, also das x hat endliche Ordnung, wenn die Gruppe endlich ist. und wegen und diese, also x hoch die Potenzen von wobei, ups, jetzt habe ich mich selbst hier aufs Glatteis geführt. Eigentlich will ich nicht sagen, die Ordnung von x, also aus, wie wir aus der Übung wissen, impliziert das hier, nur, dass die Ordnung kleiner ist als a, b und insbesondere endlich. Und das ist auch das Einzige, was ich hier verwenden will. Also machen wir das mal weg, dieses ist gleich, hier muss ein kleiner hin und die Ordnung ist jedenfalls endlich. Die Ordnung ist irgendwas, was da drunter liegt unter dem a minus b und die ist endlich. So und damit, dass die Ordnung von dem x endlich ist, kriegen wir aber, dass die Größe von g, also deswegen, so das heißt, auch 1, x, x hoch n minus 1 sind alle verschieden. Verschieden und Elemente von g und außerdem ja oder und damit ist eine n-elementige Menge in g enthalten. Ja, damit, das hier ist eine n-elementige Menge, die in g enthalten ist, also ist die Ordnung von g mindestens n. Okay, so und jetzt will ich noch die andere Seite, jetzt will ich zeigen, dass die Ordnung von g genau die Ordnung von x ist, also dieses n. Also sei nun x hoch t in g beliebig. Ich nehme jetzt irgendein beliebiges Element aus g, das ist auf jeden Fall für x hoch t für eine ganze Zahl t. Jetzt dividiere ich das t mit Rest durch n, durch n, ja, die Ordnung von x, die ich nicht weiß, außer dass sie endlich ist, aber ich kann auf jeden Fall diese Division mit Rest machen und dann bekomme ich t ist gleich q mal n plus k mit irgendeinem k zwischen 0 und n minus 1. So, das bedeutet aber, das heißt, in g gilt x hoch t ist x hoch q n mal x hoch k und das hier ist aber 1, weil x hoch n ist ja schon 1 und wenn ich es noch hoch q nehme, ist es immer noch 1, also ist das x hoch k und immer noch gilt, ja, oder, ja, also x hoch t ist in g gleich x hoch k, also ist x hoch t in dieser Menge 1 bis x hoch n minus 1. Also ist ganz g, also ist die Ordnung von g auch kleiner gleich n, also folgt g sieht genau so aus. Die Ordnung von g ist n und g sieht so aus. Okay, das ist unser g und die Gruppe ist isomorph zu z modulo n z mit plus. Also der Isomorphismus, man schaut einfach auf die Exponenten, ist z modulo n z mit plus wird abgebildet auf g, wobei die 1 abgebildet wird auf das x und dann demzufolge 1 plus 1 auf x mal x, ja, also 2 wird auf x quadrat, 3 wird auf x hoch 3 und wenn ich dann bei n minus 1 angelangt bin, dann komme ich zu x hoch n minus 1 und wenn ich noch 1 dazu addiere, komme ich wieder auf die 0 in z modulo n z und wieder auf die 1 das in g. also das ist bitte nachprüfen. Wenn Ihnen das jetzt nicht schon in so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass Sie das sofort sehen, dass das ein Isomorphismus ist. So, jetzt der andere Fall, ist die Ordnung von g unendlich, so sind auf jeden Fall 1 x hoch plus minus plus minus Quadrat und so weiter alle verschieden. Denn wenn da 2 gleich wären, dann kann ich sofort dieses Argument hier machen, sowie 2, was habe ich, ich habe hier nur benutzt, dass irgendwie 2 Potenzen gleich sind, dann kommt dieses ganze Argument und die Gruppe ist endlich und die hat die Ordnung, die Ordnung von x. Wenn die Gruppe also unendlich ist, kann diese Bedingung hier x a gleich x b niemals gelten, für keine a, b. Sonst würde sofort dieses Argument zeigen, dass die Gruppe endlich ist. also sind die alle verschieden. Das heißt, die Ordnung von x ist gleich unendlich und der Isomorphismus ist einfach von z auf die Exponenten. Also z mit plus wird abgebildet auf g, wobei k abgebildet wird auf x hoch k. Auch wieder bitte nachprüfen. dass das ein Isomorphismus ist. Aber im Prinzip kann man das im Kopf machen. Okay, dann haben wir den Satz bewiesen. Ich habe einfach eine Fallunterscheidung gemacht nach der Ordnung. Endlich und unendlich. Sehr schön. Bemerkungen noch dazu. Klassifikationen wie diese. Also Klassifikation bedeutet, alle Gruppen mit dieser und dieser Eigenschaft sind in dieser endlichen Liste. Das ist sehr nützlich, weil man dann sozusagen weiß, was man vor sich hat. Man weiß, man fertig ist mit zyklischen Gruppen verstehen. Klassifikationen sind toll. Schreibe ich jetzt einfach mal hier mit Ausrufezeichen. Dann folgt daraus zum Beispiel, je zwei zyklische Gruppen gleicher Ordnung sind isomorph, weil sie beide isomorph zu einer sind. Z Modul nz mit plus oder z. und manchmal, also Notation, wenn sie so andere Bücher lesen, z n und das ist jetzt kein so ein Doppelz wie bei den ganzen Zahlen, sondern einfach z wie zyklisch. z n bezeichnet oft die Isomorphie Klasse der zyklischen Gruppen der Ordnung n. Ja, so und das ist jetzt schön. Sie können jetzt sozusagen, was für Quellen für zyklische Gruppen haben wir? Wir haben zyklische Gruppen, die von einzelnen Elementen erzeugt werden, in anderen Gruppen und wir haben zyklische Gruppen, die wir einfach aus dünner Luft erzeugen, die wir einfach sagen, wir nehmen x her und sagen, wir machen eine zyklische Gruppe, die von dem erzeugt wird und dann haben wir nur zwei Möglichkeiten, entweder wir tun eine Relation hin, der Form x hoch n ist gleich 1, dann kriegen wir die endliche Gruppe oder wir tun keine Relation hin, dann kriegen wir einfach eine Kopie von z mit plus das sind unsere beiden Möglichkeiten und das ist auch das einzige, was auftreten kann in unseren Untergruppen für x erzeugt eine zyklische Untergruppe und die ist entweder endlich, dann hat sie eine Ordnung, das ist die Ordnung von x oder die ist unendlich, dann ist sie isomorph zu z und damit können sie alle zyklischen Untergruppen oder auch einfach alle Elemente von g so einteilen aber das ist eigentlich auch nichts Neues denn sie wissen ja schon dass jedes Element eine Ordnung hat und da gibt es die mit endlicher Ordnung und die mit unendlicher Ordnung und das ist jetzt hier nochmal anders ausgedrückt eben mit Untergruppen so dann machen wir noch ein paar nützliche Fakten die so in diesem gleichen Bereich hier die auch in das Kapitel passen ein paar nützliche Fakten in diesem Zusammenhang hier geht es um verschiedene Erzeuger von den zyklischen Untergruppen und Untergruppen von zyklischen Untergruppen also weitere Untergruppen darin so dann haben wir hier eine Proposition eine Proposition ist so was wie ein Satz nur nicht ganz so toll Prop 1 17 sei g eine Gruppe x irgendein Element m n zwei Zahlen und falls jetzt falls x hoch n gleich 1 ist und x hoch m gleich 1 dann ist auch x hoch g gt von m n gleich 1 und insbesondere falls x hoch m gleich 1 ist gilt die Ordnung von x teilt m m bisher wussten wir nur die Ordnung von x ist kleiner gleich m aber sie ist sogar ein teiler ok das ist jetzt das neue was wir hier lernen so beweis das ist ein bisschen kleine Zahlentheorie spielerei also der ggt d nennen wir den mal der ggt von m und n lässt sich nach dem lemma von besu schreiben als linearkombination von a von m und n also ist a mal m plus b mal n für gewisse a b in z das nennt man auch das besu lemma also ist x hoch d x hoch der ggt gleich x hoch a m mal x hoch b n und das ist gleich 1 weil das hier ist 1 und das hier ist 1 nach voraussetzung also haben wir die erste aussage unserer proposition bewiesen jetzt die zweite dass das ein teiler ist sei also x hoch m gleich 1 und wir nennen die gruppenordnung die ordnung von dem x die nennen wir mal n so falls m gleich 0 ist sind wir fertig das ist ein trivialer fall ja das ist die ordnung gleich 1 und 1 teilt 0 so sei also m ungleich 0 es folgt n ist kleiner unendlich da n schon mal kleiner ist als m oder gleich kleiner gleich und sei nun d der ggt von m und n daraus folgt dann x hoch d wie wir gerade bewiesen haben x hoch d gleich 1 und d liegt zwischen 0 und n 0 kleiner gleich d 0 1 will ich da glaube ich haben der ggt ist bestimmt nicht 0 der ggt liegt zwischen 1 und n inklusive und n ist minimal und n ist aber die ordnung ist minimal mit x hoch n gleich 1 daraus folgt d daraus folgt d ist gleich n der ggt ist gleich n und d teilt m impliziert das n teilt m und das wollten wir zeigen wir wollten zeigen dass die ordnung von x wo steht es hier dass die ordnung von x das m teilt und das haben wir so gemacht wir haben die ordnung von dem x bestimmt als der ggt von m und der ordnung und diesen lustigen trick hier angewendet also wir haben erst gezeigt dass der ggt genügt und dann haben wir die ordnung hergenommen die ist endlich können wir ein ggt ausrechnen und dann gibt es eben diesen kleinen teilbarkeit trick okay das war diese nützliche aussage so in der nächsten proposition machen wir beschäftigen wir uns mit erzeugern verschiedenen erzeugern proposition 1 18 von zyklischen gruppen also sei g eine gruppe wir können das auch über ordnungen sagen deswegen nehme ich jetzt mal irgendeine gruppe irgendein x in g dann brauchen wir noch eine zahl die nicht null ist aber eine ganze zahl ist so nah wie drei aussagen erstens wenn die ordnung von x unendlich ist dann ist die ordnung von x hoch a auch unendlich also wenn x eine unendliche gruppe erzeugt unter gruppe erzeugt x hoch a auch eine unendliche gruppe zweitens wenn x eine endliche gruppe erzeugt dann erzeugt x hoch a auch eine endliche gruppe und zwar von der ordnung n durch den ggt von a n und drittens wenn x eine endliche gruppe erzeugt und a teilt n dann ist die ordnung von x hoch a gleich n durch a das ist einfach nur ein spezialfall wie sie gerade sehen von zweitens und ja er ist ja noch mal aufgeführt damit man den gut zitieren kann so machen wir hiervon auch noch den beweis im detail gleich kommen noch ein paar bemerkungen die wir nicht mehr im detail beweisen so erstens angenommen x hoch a hoch m ist gleich 1 also ist ein widerspruchsbeweis angenommen x hoch a hätte endliche ordnung m oder einfach nur x hoch a hoch m ist gleich 1 das ist also x hoch a mal m gleich 1 und das impliziert dass die ordnung von x kleiner als unendlich ist was ein widerspruch ist also gilt erstens ja das ist ganz einfach nach potenzgesetzen zweitens ist ein bisschen schwieriger ja also jetzt haben wir den endlichen fall in zweitens und wollen die ordnung von x hoch a bestimmen nennen wir das füllen wir erstmal eine kleine schreibweise ein um uns ein bisschen das zu vereinfachen also das x hoch a nennen wir jetzt mal y äh dann brauchen wir diesen ggt bestimmt nennen wir den mal g d ist der ggt von a und n was haben wir jetzt also ist äh n gleich d mal b und a gleich d mal c ja also der ggt steckt in den zahlen a und n drin also ist n der ggt mal irgendeine zahl und a ist auch der ggt mal irgendeine zahl und die beiden zahlen die sind aber jetzt teilerfremd also ggt von b und c ist 1 aber wir haben den größten gemeinsam teiler mit dem d rausfaktorisiert so was ist unser Ziel schauen wir nochmal unser Ziel ist die Ordnung von y ist n durch den ggt n durch den ggt also b Ziel Ordnung von y ist gleich b also berechnen wir doch mal y hoch b y hoch b wie können wir das denn schreiben y ist x hoch a also haben wir x hoch a b a a b was ist a b schauen wir mal a b ist dc mal b ja a ist dc x hoch dc mal b und dc ne db ist aber n ok also das ist x hoch n ähm hoch c ups x hoch n das kommt mir noch so vor als wäre das 1 also ist das 1 ok so jetzt haben wir eben gezeigt oben haben wir gezeigt nach Proposition dieses y die Ordnung von y teilt also b ja weil y hoch b gleich 1 ist teilt die echte Ordnung von y die uns interessiert die teilt schon mal das b jetzt wollen wir noch die andere Richtung zeigen dass b auch diese Ordnung teilt sei mal k diese Ordnung von y dann wissen wir x hoch a mal k was ja einfach nur y hoch k ist ist gleich 1 so dann wissen wir also äh n teilt a mal k denn n ist die Ordnung von dem x hier haben wir x hoch irgendwas ist gleich 1 also wissen wir aus unserer Proposition davor die Ordnung von dem x teilt das ak also n teilt ak so was ist n daraus folgt db teilt ak daraus folgt jetzt schreiben wir das a um db teilt so was war das a dc mal k das d können wir weglassen das heißt b teilt ck aber b und c sind teilerfremd aber b und c teilerfremd also folgt b teilt in Wirklichkeit das k so b und k sind beide positiv und k positiv ähm k teilt b und b teilt k also ist b gleich k und was war unser Schlüssel also das wäre sozusagen Ordnung von also k ist Ordnung von y und b ist n durch äh ggt a n was wir zeigen wollen und drittens ist ein Spezialfall von zweitens drittens Spezialfall von zweitens womit wir diesen äh schönen Satz bewiesen haben so dann machen wir jetzt zum Abschluss noch einen Satz der uns was über die Untergruppen von zyklischen Gruppen sagt Satz 1.19 Moment ich hatte vorher glaube ich noch eine Bemerkung schau hier mal ja okay also noch eine Bemerkung vorher Bemerkung die wir gleich ähm nutzen werden damit zeigt man falls ähm g gleich Erzeugnis von x ist also g zyklisch ist dann folgt erstens im Fall dass x unendliche Ordnung hat ähm folgt wenn h von x hoch a erzeugt wird dann ist schon a gleich plus minus 1 das sind die einzigen Möglichkeiten sonst erzeuge ich immer eine echte Untergruppe mit den Potenzen das sieht man das haben wir eben hier oben bewiesen äh ne haben wir noch nicht bewiesen aber naja wir sehen es gleich und zweitens im endlichen Fall wenn die Ordnung von x gleich n ist äh wieso habe ich nicht eigentlich h geschrieben da soll ein g sein äh falls ach ist das alles furchtbar hier so also das soll hier geklammert sein also falls die Ordnung von x unendlich ist dann folgt aus g ist x hoch a schon a ist entweder 1 oder minus 1 so dann sage ich lieber auch nochmal das Argument dafür ähm wenn also jetzt bei erstens ja also wenn x hoch a mal hier denn äh wenn x hoch a gleich g mit a größer 1 so gilt x ist ja auch in g so ist x gleich x hoch a hoch k für ein k in z ein k in z und daraus folgt wie oben dass äh die Ordnung von x endlich ist was ein Widerspruch ist okay und jetzt machen wir hier den zweiten Fall den endlichen Fall das ist das was ich aus der Proposition zitieren wollte also in diesem endlichen Fall ist g gleich x hoch a genau dann wenn äh g g t von a und n 1 ist und das folgt eben einfach aus dieser Formel die wir hier oben gezeigt haben nämlich äh die Ordnung von x hoch a ist n durch den g g t also ist die n es handelt sich um das gesamte äh g äh wenn der g g t 1 ist genau dann wenn okay so haben wir das auch geklärt damit zeigt man das habe ich also gezeigt und jetzt kommt die Zusammenfassung mit Untergruppen ähm was wir über Untergruppen von zyklischen Gruppen wissen und das ist der Satz 1.19 ähm ähm klassifikation von Untergruppen ähm sei g zyklisch zyklisch und erzeugt von x dann gilt erstens jede Untergruppe ähm h Untergruppe von g ist zyklisch äh oder sogar noch genauer ähm h ist entweder trivial besteht nur aus der 1 oder ähm h ist erzeugt von x hoch d wobei d äh d minimal unter den positiven d mit x hoch d in k äh h x hoch d in h ist also wenn ich einen Erzeuger von h haben will von der Untergruppe von der zyklischen also die ist zyklisch und ist nicht nur zyklisch sondern sie ist von der Potenz erzeugt äh der minimalen Potenz die darin vorkommt okay äh zweitens falls h unendlich ist äh g unendlich ist ach ich komme hier durcheinander falls g äh unendlich ist will ich was sagen und a ungleich b positive Zahlen sind dann ist dann ist das Erzeugnis von x hoch a auch ungleich das Erzeugnis von x hoch b aber äh x hoch m ist das gleiche wie x hoch minus m für alle m also sind Untergruppen in Bjektion mit positiven Zahlen Unter Gruppen sind in diesem Fall Fall in Bjektion mit positiven Zahlen da sehen wir mal einen Einschub hier ein mündlicher Einschub da sehen wir eine kleine Kuriosität die Sie vielleicht nicht ganz überrascht aber vielleicht doch ein bisschen wenn Sie sich fragen wenn ich so eine zyklische Gruppe unendlicher Ordnung habe und ich nehme jetzt sagen wir mal die 3 dann erzeugt mir x hoch 3 da eine Untergruppe und diese Untergruppe ist auch wieder zyklisch und von der gleichen Ordnung weil x hoch die Potenzen von x hoch 3 sind auch abzählbar viele die sind auch genauso viele wie es ganze Zahlen gibt und wir wissen ja auch wir haben dann eine unendliche zyklische Gruppe die ist Isomorph zu ähm Z mit Plus also die umgebende Gruppe G ist Isomorph zu Z mit Plus und sie hat ganz viele echte Untergruppen die auch alle Isomorph sind zu Z mit Plus ja das geht und das ist einfach nur der Schatten von der Ihnen vielleicht bekannten Aussage dass die Anzahl der geraden Zahlen der Anzahl der Zahlen entspricht ja und also solche Späße sind hier alle mit eingebaut eben in der Gruppentheorie so drittens gibt noch eine dritte Aussage hier für den endlichen Fall falls Ordnung von G irgendein N ist was nicht unendlich ist so gibt es für jeden Teiler einen Teiler a von n eine eindeutige Untergruppe die erzeugt wird von x hoch n durch a außerdem gilt x hoch m gleich x hoch ggt von m n also sind die Untergruppen in Bjektionen mit den positiven Teilern und wir haben auch alle Untergruppen verstanden von im endlichen Fall also sind die u g Untergruppen in Bjektion mit den positiven Teilern Teilern von n so machen wir den Beweis für erstens also falls h die triviale Gruppe ist müssen wir eigentlich nichts zeigen jede Untergruppe von der trivialen Gruppe ist zyklisch und wird irgendwie okay alles klar dann ist alles richtig so nehmen wir mal also an ähm es existiert irgendein äh Element was nicht 1 ist in unserem h so falls h ungleich 1 existiert ein a mit x hoch a in h und weil das eine Untergruppe ist x hoch minus a in h daraus folgt es existiert ein positives a mit x hoch a in h a jetzt nehmen wir mal alle positiven Exponenten die da vorkommen in dem h und dann die p also das ist ja die Menge aller a in den natürlichen Zahlen so dass x hoch a in h ist p ist nicht leer leer wie wir gerade gesehen haben jetzt haben wir das Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen das sagt uns dass es da ein kleinstes Element gibt Wohlordnung der natürlichen Zahlen es existiert ein kleinstes Element das nennen wir d d in p und jetzt haben wir die Untergruppe die davon erzeugt wird x hoch d ist auf jeden Fall eine Untergruppe von unserem h und was wir zeigen wollen ist Gleichheit nehmen wir also mal wollen Gleichheit dann haben wir die Aussage bewiesen nehmen wir also wir müssen jetzt zeigen dass das h das ganze h da drin enthalten ist und da können wir Eigenschaften von dem d verwenden nehmen wir also ein beliebiges Element aus h das lässt sich auf jeden Fall als x hoch a schreiben sei x hoch a in h beliebig und jetzt machen wir wieder die Division mit Rest durch das d schreibe a gleich q mal d plus r dann ist der Rest zwischen 0 und 1 äh zwischen 0 und d minus 1 wie es bei der Division mit Rest so ist also ist also ist x hoch a wieder mal x hoch q d mal x hoch r also ist aber x hoch r gleich x hoch a mal x hoch minus q d und das ist aber also in h warum das hier ist in h damit haben wir angefangen und x hoch d ist auch in h also ist x hoch d hoch irgendwas wie zum Beispiel minus q ist auch in h ja weil das hier äh da das gleich ist da ja also dieses dieses Ding hier ist ja x hoch d hoch minus q und x hoch d hoch minus q ist in h weil x hoch d in h ist d war ja das minimale ähm der minimale exponent so dass das in h ist und h ist eine Untergruppe so jetzt ist also dieses x hoch r auf einmal auch in h aber da stimmt doch was nicht das d war doch minimal gewählt und jetzt haben wir auf einmal x hoch r in h gefunden mit einem r was kleiner ist als d also r ähm da d minimal ist mit x hoch d äh in h und d größer 0 folgt äh r gleich 0 also ist daraus folgt a ist in Wirklichkeit qd das ist die einzige Möglichkeit die noch übrig bleibt und damit und damit x hoch a schon in x hoch d enthalten in dem Erzeugnis von x hoch d also ist ähm also ist x äh ja also insgesamt da das x hoch a in h beliebig war h eine Teilmenge von x hoch d also äh h gleich x hoch d und damit ist erstens bewiesen und äh zweitens und drittens ähm lasse ich jetzt mal weg äh 2 ist ähnlich äh wie 3 aber einfacher ähnlich zu 3 aber einfacher und 3 folgt aus ähm Ordnung von x hoch a gleich n durch ggt von a und n ok und das beschließt unser Kapitel über zyklische Gruppen und ihre Untergruppen und ich will noch mal daran erinnern dass wir jetzt eine Klassifikation haben also wir haben nicht nur eine Klassifikation von den zyklischen Gruppen sondern wir verstehen auch genau ihre Untergruppen ja lesen Sie sich das hier nochmal durch oder schauen Sie hören Sie mir nochmal zu also wenn ich den unendlichen Fall habe dann gibt es Untergruppen für jede positive Zahl und die werden einfach erzeugt durch die x hoch die positive Zahl und die sind alle verschieden aber verschieden heißt verschieden als Untergruppen von dem g als abstrakte Gruppen ist jede von denen einfach noch eine Kopie von der Isomorph eine Kopie von zyklischen Gruppen unendlicher Ordnung alle Untergruppen sind isomorph zu z mit plus sie sind alle isomorph zueinander aber es sind trotzdem verschiedene Untergruppen weil sie verschieden in der Gruppe g drin sitzen und im endlichen Fall gibt es eben die Untergruppen für jeden Teiler und wenn Sie jetzt zum Beispiel mal eine Übungsaufgabe treffen in der Sie untersuchen sollen welche Potenzen von Zyklen in der Sn wieder Zykel sind mit bestimmten Eigenschaften oder so dann sollten Sie an sowas hier denken dann sollten Sie sozusagen Ordnungen in zyklischen Untergruppen studieren und da werden bestimmt solche Ergebnisse wie wir sie hier gezeigt haben nützlich sein ok das war's hier zu den zyklischen Gruppen um zyklischen ủ zyklische zyklische Untertitelung des ZDF, 2020